Die Stornware ist ein Must-Have in jeder Küche, denn sie ist langlebig, vielseitig einsetzbar und überzeugt durch ihr einzigartiges Material. Sie verteilt die Hitze gleichmäßig und hält die Feuchtigkeit weg, so dass die Backwaren locker und knusprig werden und das Fleisch zart und saftig bleibt. Die Dichte des Tons sorgt außerdem dafür, dass unsere Stornware die Wärme speichert und die Speisen länger warm hält. Teilglasierte Stornware lässt sich stilvoll vom Ofen direkt auf den Tisch servieren. Das funktionale, unglasierte Material auf der Innenseite sorgt für knusprige, köstliche Ergebnisse und macht in Kombination mit der geschmackvollen Glasur auf der Außenseite zu jedem Anlass Eindruck. Das cremeweiße, satinierte und teilweise glasierte Steingut hält Ofentemperaturen von bis zu 260 Grad Celsius stand und sorgt für eine längere Haltbarkeit und findet somit auch Platz in der Spülmaschine. Die rechteckige Ofenhexe ist 39,5 x 24,5 cm groß und eignet sich hervorragend für Braten, Lasagne, Kuchen und mehr. Der Servierzauberer eignet sich perfekt zum Backen und Servieren und kann auch als Deckel auf der rechteckigen Ofenhexe verwendet werden, um so zwei Gerichte gleichzeitig zuzubereiten. Der große, runde Stein eignet sich hervorragend für Pizzen, Tarts und vielem mehr. Der Rand umschließt die Gerichte so, dass sich beispielsweise Brownies geschmackvoll präsentieren lassen. Die grauglasierten Stoneware-Klassiker vereinen die Vorteile der klassischen Stoneware und eignen sich auch hervorragend für die Zubereitung von Ofengerichten und Eintopfgerichten. Sie hält Ofentemperaturen bis zu 230 Grad Celsius stand, so kann sogar ein ganzes Hähnchen mit super saftigem und zartem Ergebnis in der Mikrowelle oder im Backofen zubereitet werden. Um dieses Stoneware zu reinigen, braucht es nur etwas warmes Wasser. Einmal in der Küche Einzug gehalten, überzeugen die Produkte mit ihrer Vielseitigkeit und Eleganz und erlauben müheloses Kochen an jedem Tag.